Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Georgisches Parlament billigt Gesetz zur Kontrolle der Zivilgesellschaft. Neugestaltung des georgischen Gesetzesrahmens sorgt für Kontroverse. Das Parlament von Georgien hat trotz Gegenwind ein umstrittenes Gesetz gebilligt, das tiefgreifende Auswirkungen auf das politische und gesellschaftliche Leben dieses kleinen Kaukasusstaates haben wird. Die konkreten Details des neuen Gesetzes sind recht komplex und technisch. Hauptgegenstand sind einschneidende Veränderungen im Wahlgesetz, die die Art und Weise, wie Parlamentssitze verteilt werden, erheblich verändern. Der Sturm der Opposition, die Oppositionsparteien, die diesen weitreichenden Wandel als einen Angriff auf die grundsätzlichen demokratischen Prinzipien Georgiens betrachten, haben ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck gebracht. Insbesondere kritisieren sie, dass die neue gesetzliche Regelung, die Macht der derzeitigen Regierungspartei Georgischer Traum ins Unermessliche steigern würde. Regierungsstandpunkt Die Regierung hingegen argumentiert, dass die Änderungen im Wahlgesetz notwendig sind, um die politische Landschaft zu stabilisieren und um sicherzustellen, dass sich die politische Macht nicht auf wenige Hände konzentriert. Sie behauptet, dass die Änderungen das politische Spielfeld ausgleichen und mehr Chancengleichheit für kleinere Parteien bieten würden. Gesellschaftliche Unruhe Trotz der Argumente der Regierung hat die Verabschiedung des Gesetzes große Spannungen innerhalb der georgischen Bevölkerung verursacht. Viele Bürger sehen diese Änderung als eine Bedrohung für die demokratische Entwicklung Georgiens an und befürchten, dass sie einen Rückfall in autoritäre Tendenzen erleben könnten. Ausländische Reaktionen, die umstrittene Gesetzesänderung hat auch die Aufmerksamkeit zahlreicher internationaler Beobachter auf sich gezogen. Die Europäische Union, die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder haben ihre Bedenken geäußert. Sie drängen darauf, dass das neue Gesetz in einer Art und Weise implementiert wird, die die demokratischen Prinzipien der politischen Repräsentation und den freien Wettbewerb der politischen Ideen achtet. Analyse der Situation Eines ist klar, das neue Gesetz ist ein Wendepunkt in der post-sowjetischen Geschichte Georgiens. Je nachdem, wie es implementiert wird, könnte es das Land entweder zu mehr politischer Stabilität und Chancengleichheit führen oder es zu sozialen Spaltungen und Unruhen führen. Es bleibt eine bedeutsame Verantwortung bei der georgischen Regierung, sicherzustellen, dass dieses neue Gesetz die demokratischen Werte und Prinzipien Georgiens stärkt und nicht untergrabt. Schlusswort In einem politischen Klima, das von Unsicherheit und Zwiespalt geprägt ist, ist es entscheidend, dass die georgische Regierung und die Opposition zusammenarbeiten, um einen Dialog zu führen, der auf gegenseitigem Verständnis beruht. Das neue Gesetz ist umstritten, ja, aber es bietet auch eine Gelegenheit, eine breit angelegte Debatte über die Zukunft der demokratischen Grundsätze und der politischen Landschaft Georgiens zu führen. Und das ist der Weg, den ein gesundes, demokratisches System wählen sollte. Quellen Für die neue Wahlgesetz verabschiedet Tbilisi Times 10. April 24. Für die Opposition beklagt Macht und Gleichgewicht Caucasus Report 12. April 24. EU zeigt sich besorgt über georgische Wahlgesetzesänderung European Voice 15. April 24. Verfasst von Anita Farke Dienstag 14. Mai 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.